Kann ich Cappy in Mario Odyssey skippen? Am Anfang des Spiels startet man ohne Cappy und man wird relativ früh vom Geist dazu gezwungen, diesen zauberhaften Hut mitzunehmen. Doch was, wenn wir das nicht tun und den Geist dort vorne mit der Animation skippen und direkt zum Tower kommen, um dort gegen die Brutal zu kämpfen? Ich war etwas länger im World Wide Rap unterwegs, um zu gucken, ob das möglich ist. Und zwar können wir mit dieser Mod direkt rüberfliegen und die Animation dementsprechend skippen. Wenn wir versuchen, hier drüben zu landen, werden wir von einer ominösen Blase zurückgeholt. Aber wir sind hier oben angekommen und können dementsprechend den Fight ohne Cappy antreten. Und auch nachdem wir die Animation geskippt haben, hier der Beweis, wir haben Cappy nicht drauf. Aber spätestens hier endet unsere Reise, weil ohne Cappy kommen wir nicht ins Kaskadenland. Like und abonnier für mehr.